M3 Party Drehen, was haben wir denn da? Jaaaa Ich muss mal Spanisch spielen, oder? Spanisch! Spanisch, oder? Sprenger DS7? Na, Italienisch, ok. Italienisch Dabadaba Lalalalabamba D4, ja. So früh? So früh gibt's D4? Ok. Ja, was will er denn da? Lalalalabamba Was soll das denn werden? Lalalalabamba Versuch da wieder billige Tricks, oder was? Lalalalabamba Nanananananana Weil dieser Rotranner oder sowas 1, 2, 3, aber wenn ich auch Hade mache, ist das wieder dasselbe. Echt? Boah. Mr. Brutalinski, oder was? Aha. Das geht? Okay. Da gibt's noch einen. Ja, da guckst du ja doofer. Okay. Echt. Das ist alles kaputt, oder was? Alle Strukturen sind kaputt. Okay. Das geht. Okay. Da war komplizierte Sachen. Der ist kaputt. Pff. Okay. Okay. Da hab ich einen. Na, das kann. Dann geht er da ein. Okay. Okay. Was der natürlich die Frage aufwirft. Das ist ihm seinen einzigen Läuferkiller. Der Killer. Da. Schach. Da kann er nicht hin. Echt? Komm. Okay. Dann muss ich den decken, decken, decken. Okay. Na, 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 bamba. Ein ultra brutaler, wa? Ultra brutal. Ich hab aber nix. Bin noch nicht entwickelt. Na, 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 bamba. Okay. Da musst du den schlagen, ich muss den schlagen. Den, das war mir schon klar. ach gut dann kann er da hinspringen ok aber ich habe dann auch die mannschaften dass sie ihn wiedergeben ja ganze wieder noch nicht so gut war eine frage nix level mal machen wir machen noch tag 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 noch mal tag tag da da mehr bahn ist immer schneller wie ich ja kollegas und 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 das schusslinie do you want to go to go to go to go to no 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 i want to go go i want to know know how to go go okay echt ja gut wenn ich den da machen willst du hin ja da bin ich auch hin echt das dürfte sich jetzt nicht mehr beißen ok 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 endlich mal mein geliebtes für mich erreichen doch nicht ja da kann ich jetzt aber selber nicht hin ok den kannst du haben dann mal gleichwertig wechsel echt echt das sieht jetzt interessant aus ja kann ich noch oder kann ich nicht auch noch ein das war klar ok naja es wird ein remis das war dann noch ein zog dann muss ich ja schon dran ich muss schon ran ja ja aha ich muss ihn glaube ich abdrängen glaube ich das nützt mir nix so sektakulär da kommt er trotzdem ran ich muss ihn ja da abfressen weil da ok das war verkehrt du hättest hier oben in die ecke rein gemusst ja mal schwein haben oder was da ist verkehrt er hätte hier in dieses dreieck rein gemusst ja ok endlich mal gewonnen hier wieder einmal x wanna ha 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 thank ja ja blöd